und entfernt immer kann also ich werde ich werde er kämpft 100 pro da oben und chillt halt bei dem muss auch die pompe dröhnen ja die werden es werden die wird doch schief sein und der andere wieder die waren die trock bekämpfen ja sicher also seid ihr bereit ich bin bereit wo ist der muss davor nicht hier also gerade gerade nicht da ich bin nur weit oben er ist das du hast du hast du wo er war Wo war er? Wo war er? Wo war er? Wo ist er? Ganz oben war er. Der Kopf hat da hergeguckt. Was? Er macht... Es gibt sich ne Hand für Waffe. Bist du ganz oben? Ich bin ganz oben. Es geht unten. Ein Spieler Golem. Okay. Ich lauf dann hoch, ne? Ah gut, da bin ich. Das war Impfer, der da war. Was macht der denn da? Welche Etage seid ihr? Oben, ganz oben. Da unten war ich, guck. Er hat mir den Kopf hier rausgeguckt. Die haben weggeballert. Der hat dir keine Waffe gehabt. Mach hat sie gehabt. Ne Mach? Ah ok. Ja. Genau das richtige für mich. Beim Loot-Dop ist ein Spieler. Ich kill den. Den krieg ich. Oh, er ist gestorben. Oh, er ist gestorben. Der wurde von dem Golem gekillt. Haha. Ich kenne den Treppen. Ich kenne den Treppen. Er ist hier. Na Klaus? Ja. Ist es jemand? Komm her. Nein, nein. Der Treppe ist da. Auf dem Feld. Der Kare Package. Er steht. Woh, sie haben noch auf. Na, nein. In der Gebade. Ich logg mal, guck mal die Treppe. Ich schaue. Okay. Jig habe so... Jig habe... Personkippieren. Oh, er ist ehm... ... completamente gedrobt. Nutil Strategien. Ich schau dir die Treppe, ich schaue dir die Treppe Der ist dann, buddy Der ist Wo? Der ist dann, buddy Wo? Von meiner WTF? Let her, da ist Let her Der ist ein Crawler Der ist ein Crawler No, normal Normal Crawler Der ist dann? Ja, kommt noch ein Crawler hoch Hinter dir Ja Das ist got everything Was mein Loot drop? Niemand Niemand hat ein Loot drop Niemand hat ein Loot drop Niemand hat ein Loot drop Na klar, dass du checkst, was? Woah Macht einer Party hier Mit William Ja Ja Package Die Loot drop Ja 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 Schade, ich hätte ihn fast weggeballert Wenn er nicht zu noobig gewesen wäre Der sniper ist wieder völlig abgefahren Ich muss sagen Seit dem Patch Was für ein Teil? Seit dem Patch Ich habe den sniper wieder abgefahren Ja, das finde ich aber auch Richtig so Direkt raus und treffen ihn tot Ja, so wie Remarkable, ne? Ja Ist da jemand? Ja, das ist mir Okay Äh, Ghulam ist rauf Ne, äh, vielleicht wegen dir Because of you Because of you Are they runter geflogen? Ne, ne Ah, they're, uh, never, never is coming Because of your shots Crawler Geh jemand mal kurz die Treppe Oh, da ist einer Schrieker Crawler Crawler Achja, ich behalte dich, nach links Okay Woher die ganze Zeit Crawler Wimper ist rausgegangen Da sind wo dein Spieler, von wo? Wo? Der Ghulam-Player ist gekommen Ja? Gut Unter uns Ja Was soll er machen? Haha, da ist er immer Das ist halt kein Spieler Ne, kein Spieler, der portet sich Verkommel Golam ist hier Hey, I'm, I'm level 30 Yay Checkt, äh, die, die Treppen Dann kann er hoch Golem-Spieler Diesmal ist ein Golem-Spieler Ja Direkt unter uns Direkt unter uns ist ein Golem-Spieler Ich hab den grad eben durchlaufen sehen Ist wirklich AC Imp... Ja, da ist er Dieser Impfer bestimmt Impfer ist nicht mehr auf den Sauber Hm, dann ein anderer der Spaß hat Steht einer vom Gebäude Roter Container Was? Roter Container steht einer Wo ist ein Container? Aber das ist safe, so glaube ich Weil Golems kommen Ja, roter Container Loll Wer hat die ausgelöst Wie hat die geworfen? Ich weiß nicht Du blickst die ausgelöst Ich weiß nicht Ja, nö Check die Treppen Kommt halt echt keiner, wa? Weiß nicht, vorher steht schon, also es steht schon noch einer da unten Boah, das wird halt dein Muster für euch nix sein Ah, mit nem Lootjob passiert auch nix Ich muss mal Luft anhalten No, nothing special at the drop The player here Where? Ah, it's an Adam In a big one Ah, never grow him Yes Jetzt werfen wir noch mit Kuscheltiener, wenn einer hochkommt, dann ziehen wir andere Seiten auf Bitte Schade, jetzt dachte ich grad so, hm? Vielleicht River, äh, vielleicht Lakeside Ach nee, warte, haben wir ja eben Ah da, jemand kommt Ektor, pay attention Yes Da ist, äh, jemand kommt Äh, Zebroth told us Zielst du hin? Ach Ja, ach Ja, ach Ich sehe da schon einen, äh, das ist Oh no Oh no Put him in a safe, so Oh no Put him in a safe, so But why is, uh, no one, uh, playing this game anymore? Cause of the patch with the hitbox And, uh, the money loss And, uh, the money loss Hm Yeah Yeah Was really annoying Da ist Dola im spieler Und dann haus Ja, ja Which, uh Hm? Hitbox What is that? What? The hitbox Uh, they, they, they had, uh One, one week or two weeks ago They fixed the hitbox Ahem Fixed And, uh, you couldn't, uh, cause any damage at the, uh With shots at, uh, at the head Or, um Or Yeah It was really gay Yeah, shit Fuck Nicht gay Uh, really Yeah, annoying Cause you, you could, uh, you could stand, um Beside a person And shot him But he Didn't get any damage Oh Yeah Because, uh Now it's fixed Now it's fixed, yeah And now the snipers, uh, uh Yeah, are better Than before Cause, um Now you can kill someone with a sniper And before it, uh, it didn't work Hm And on the chest, you couldn't You could only cause damage If you, if you shot the heart Because, um Because the other parts of the, uh, of the corpse Didn't, uh Didn't, uh Didn't get any damage Crowley is coming Oh, man Taucht da so'n Feet auf, ne? Dammit Ja, wo seid ihr? We shot with Crew Golem Who is me? Oh, me Ah, cool Ah, wo ist das Player Golem? Das Who is, Zealand? Das war noch mehr. Ich bin level 30 jetzt, aber ich habe 2 guns voll, Stenema voll, mit Strange, ich habe 1.1 Punkt. Wie kann ich das? Ich habe Strange 2, level 9, aber ich bin level 30. Vielleicht ist es ein Bug, vielleicht muss ich level 30 sein. Oh, ich bin 30. 31. 30 ist high, oder? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht startest du mit level 1 und das ist weil du jetzt um, just leveled up. Wait a sec. 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. Ja, vielleicht ist es weil du level 30, 3, 3, 3, äh 51. Autobahn, Reborn. Ja. Äh. Hingehen? In Ordnung. Kann man was machen? Äh, da ist ein Reaper. The good one. The one that drops something. Dann würde ich auch nochmal schnell nach LSZ gehen. Und fangen wir da. What? We go there. Ähm. He is dropping MAG-DR sensor. Yeah. The only one. Checked einer die... Leiderseite schon los gegangen? Ja. Oh. In LSZ. Ja. Irgendjemand wollte ja LSZ gehen. Ja, kurz nochmal reingehen, dann losgehen. Das war sogar ich. War jemand von euch Rohren, Moni? Ne. Need to pay attention. Hm? Was mit Moni? Äh. Hat schon jemand raus. F-15. Nein, echt? In 1mm. In 2mm. Oh. Jo, wir sind auf dem Server. Ist ja echt partylos. Sind die anderen da drauf? Dieser... Ne. Die eine, der Typ da von vorhin, der Dogo... Imper ist drauf. Ja, aber Imper ist schwul. Also so richtig halt. Naja, komm. Geh mal los. Ich folg Blue einfach. Hörts irgendwie so an wie ne Vogelfeder. Was? Blue. Irgendwas Weiches. Hm. Slowpapierwerbung. Was? Slowpapierwerbung oder so. Ah, ok. Ja, genau. Wir gehen aber zur Tankstelle runter. Ne, auf der Autobahn. Ja. Ähm. Hm? Ich find immer meine Stimme hört sich in Englisch richtig kacke an. Und nein, LaClaz, meine Stimme hört sich ansonsten richtig geil an. Machst gar nichts sagen. Ne. Aber scheiße. und hier ist ja immer wieder so. 100%. Irrsinn Spiller. Lass ihn, lass ihn holen. Hm? Irrsinn Spiller. Reaper killen. Ja wo ist der? Achso. Somewhere da ist ein Player. Ja. Vielleicht hast du im Paar. Ja, der hat sich beim Porten verpackt. Guckt jemand zur Tankstelle? Ich seh die Tankstelle nicht. Na, du sollst mal hingehen. Oh ja. Nein, er wurde getötet. Oder der hat sich verpackt halt. Scheiß Teil, hey. Hector, du hast dich schon mal? Nein Lass ihn runterfliegen Okay Riverside rennen oder so Ich kriege ihn noch Hier nicht Gru, bin hinter dir Lass ihn einfach machen, Riverside Riverside, check if he's gone there Ah, nee, you must go LSZ, because Riverside's down I think Was? No, Riverside is down, da muss LSZ gehen Ja, stimmt Ja, okay, haben wir verkackt, oder? Ja, kommt Ah, go LSZ, because Riverside is down, so He wouldn't go to Riverside I think he's beneath the bridge Ja, vielleicht Ja, vielleicht Ja, vielleicht Ja, vielleicht Hamut, hast ihn gekillt bei ACM Ich hab ihn, das Was? Ja, ich hab ihn mit ihm Bis zumal! Ja, ich hab ihn mit ihm Ja, deine Frau Nichts nicht so Abh ót, gerne Oh no Is it the back or something? No, it's normal now Why? Who did I kill? The nethercrawler drops everything not the reaper Come on, go Why did they drop so many? I don't know Is it a bug? Yes Should be Well, it's a small damage, right? I got 9 The nethercrawler has a magdi arrow, I have a tfc At least I don't know I don't know I don't know I don't know I think I'll go to Basso Park Will you come with? Yeah, let's go Let's go Ok Ok There you can just take an NSZ here, right? Yeah Ah Bester Eingang ever. Oh, der steht da. Ich geb Amu ne TFC, äh ne Wollen. Mach das. Ist gern richtig geil. So. Okay. 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 Okay.